Warum auch immer ich das machen soll. Achso, weil ich da hier hochkomme. Sehr gut. Sehr gay, äh, sehr gut. Wie soll man das nochmal machen? So glaube ich. Genau. Und jetzt hoch da. Gibt bestimmt auch wieder auf 10.000 Wege. So, Ocarina of Time kann man ja zigtausend Arten spielen. Man kann es auch unterhalb von 19 Minuten durchspielen. Durch Glitches. Manchmal frage ich mich echt, ob sowas noch feierlich ist. Oh, hier habe ich schon wieder so ein Raubscheinvieh. Wow. Langsam kommt bei mir hier Sonne rein. Ich sehe nichts mehr. Stein! Ab jetzt wird es ein bisschen komplizierter für mich, weil ich jetzt nicht mehr so viel Ahnung habe, wo ich hin muss. Gib mir erst dein Zeug, dann können wir reden. Ja, gerettet dafür offenbar ich dir ein Geheimnis. Wie wäre es mit Wasser? Mein koronischer Freund. Also laut Pokémon-Gedenken müsste eigentlich das sehr effektiv gegen dich sein. Da du wie ein Stein bist. Aber naja. Pokémon halt, ne? So, wie war das hier nochmal? Ich weiß, das war jetzt hier so ein Riesen-Labyrinth, aber... Aua! Wo muss ich nochmal hin? Stau auf der Arsch, Stein! Autsch! Aua! Ach, da ist ein Schalter. Komm doch mal raus, du Spinner. Ich wollte gerade sagen, du hast keine Truhe. Dann interessierst du mich nicht. Ich liebe es, mehrere Schlüssel zu haben. Ja, da du befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. Diesem Tempel gibt es dir, an die die versuchen zu schlagen. Sei gewarnt, besitzt du dieses Relikt da, bla, bla, bla. Lauf weg! Los, lauf weg! Es muss schon mal ein gutes Sein, dass wir zwei Schlüssel haben. Oh, nö, 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 nö! Hilfe! Nein, tu das nicht. Wieso rollt der Stein immer nur von A nach B? Soll ich hier gerade überhaupt hin? Ich bin mir... Ach, hier ist eine Tür. Mit einem Schlüssel. Das konnte ich sehen. Da auch. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich will hier nicht runterfallen. So. So. Ich habe so ein bisschen Angst, da runterzufallen. Weil wenn ich da runterfallen muss, muss ich den ganzen Weg noch mal gehen. Ich will sowieso merken, warum die Steine da immer so durch die Gegend kullern. Sehr schön, das kann ich noch gebrauchen. So, komm. Jetzt nicht runterfallen. Ganz sachte, Link. Ganz sachte. Ganz cool. Ganz cool. Oh, der Raum. Das wird jetzt wehtun. Ja, das war so klar, dass mir das passiert. Okay, ich habe keinen Schlüssel mehr. Also die Tür da oben ist dann sowieso uninteressant. Und roll. Das ist noch ein Herz, das will ich haben. Äh, Legend of Sela geht noch bis 17 Uhr circa. So. Nein. Nein. Okay. Passt. Abkürzung geschaffen. Natürlich suchte ich stärker. Wie lange streame ich jetzt schon? Also insgesamt streame ich schon dreieinhalb Stunden. Aber geht ja natürlich noch weiter. Hier nach, äh, um 17 Uhr mache ich einmal kurz eine Pause. Und danach geht es halt weiter mit Trapped. Und das dann nochmal vielleicht so bis... Mal gucken, wie lange die Pause geht. Also ich versuche sie kurz zu halten. Weißt du, was das Schlimmste ist? Eigentlich muss ich gerade derbe pissen. Ich muss gerade derbe auf Klo. Ich habe Durst. Aber... Ich gebe jetzt nicht auf. Ich gebe jetzt nicht auf. Erst wird dieser Tempel jetzt fertig gemacht. Und dann... Geh pissen. Hier oben war doch noch mehr, nicht wahr? Da ist ein Schalter. Das war klar, dass das passiert. Das muss ich ja nochmal hin. Fuck. Ich bin eingequetscht durch einen Stein. Aua. Da ist die Tür sehr schön. Okay. Oh Gott. Ich hasse diese Ecke. Wenn ich da oben bin, muss ich da eigentlich noch was machen? Oder kann ich jetzt einfach den Schlüssel nehmen und da oben reingehen jetzt hier? Weil da ist ja jetzt auch noch eine Schlüsseltür. Kann ich da nicht jetzt einfach rein und weiter? Oder brauche ich in dem anderen Raum noch was? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube, ich brauche da nämlich noch was. Aua. Blödes Vieh. Und... Rüber. So. Sie schmelzen. Das ist voll eklig im Grunde. Im Grunde. So. Der Goron findet das im Grunde auch total geil. Er weiß es nur noch nicht. Ich mag diesen Raum hier nicht. Also zumindest nicht, wenn ich hier oben bin. Ich habe andauernd Angst, irgendwo runterzufallen. Nein. Nein. Geh da hoch. Okay. Lass mich rein. Hier ist ein Schlüssel drin. War so klar. Und wo willst du hinlaufen? Was ist ein Sposti? Weg. Weg. So. Nachher schmeißt mich das Ding noch irgendwie runter oder so. Sicher überhaupt nicht ein. So. So. Wööö. Uiuiui. So. Jetzt kann ich hier lang. Ja. Schöne Feuerwand. Ich weiß. Ich mache mir welche Pause. Also ich kann euch ja mal sagen. Weil ihr ja gerade im Chat hier schön am... ...bequatschen seid. Was es bei euch ja alles zu essen gibt. Ich mache mir welche... Wenn wir gleich Pause haben, mache ich mir Schnitzel. Schnitzel. Weißt du, was ich reinkomme? Hier ist so Feuer. Ach, der Raum. Der Raum ist doch Knorke. Mit den Random Feuerwänden. Yay. Der Tempel ist ja heiß. Tempel lustig. Der Tempel ist ja heiß. Das ist so geil. Miau. Au. So, den Kompass habe ich jetzt auch schon... Äh. Hallo. Diese Feuerwände, ey. Au. Au. Gibt es hier echt keinen anderen Weg? Ist das nur für den Kompass? Ja. Nur für den Kompass. Aua. Warum kann ich das anvisieren? Das ist doch eine Fake-Tür. Ja. Fake-Tür. Eine Wappeltür. Äh. Aua. Das ist voll nicht klüger-Lord-mäßig. So. Das ist überhaupt nicht klüger-Lord-Style. Ah, ja. Ach so. Ach so. Das sind also keine klüger-Türen. Okay. Ach so, ne. Da komme ich ja noch gar nicht lang. Oh, fuck. Fuck! Was soll das denn? Ich wollte abkürzen. Aber die Abkürzung wurde mir verwehrt. Na komm schon. Ich habe einen Stein vorm Gesicht. Ach, hier bin ich jetzt. Ich habe mich schon gefragt, wie ich hierhin komme. Wow. Sag mal. Hier will mich aber auch gerade alles umbringen. Ach ja. Oh, Bomben. Bomben kann man immer gut gebrauchen. Bomben ist immer gut. Und Energie. Klüger-Tür. Zerstörte Klüger-Tür. Ach ja, du schon wieder. Ja, was heißt ja eigentlich du schon wieder? Der kam noch nicht einmal vor. Nee. Ich treffe ihn absolut nicht. Okay. Nee. Oh. Dann haut er direkt wieder ab. Okay. 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 Bleibst du. Du kleiner Sack. Bäh. Aha. Keine Belohnung. Doch. Ups. Scheiße. Ich habe mich gerade gewundert. Warum soll ich zurückgehen? Deswegen bin ich runtergesprungen, Idiot. Wie das hier überhaupt möglich ist, I have no idea. So. Ja. Oh nee, das ist... Jetzt ist es glaube ich soweit, oder? Ist es der Raum? Nee, es ist nicht der Raum. Sehr gut. Hm. Äh. Hopp. Flonk. Wenn eine Bombe nicht reicht, nimm eine zweite. So. Reicht eine Bombe nicht? Nimm eine zweite. Nimm zwei Vitamine und Bomben. Und Lampenöl. Und Seile. Ja, jetzt geht's los. Ich hasse diesen Raum. Ich möchte aber zuerst die fliegenden Ratten da loswerden. Nur aus Sicherheitsgründen. Oder auch nicht. So, wir müssen das jetzt nämlich hinkriegen, da hochzulaufen. So. Ich mach mal meine Hände. Die sind gerade voll verschwitzt. So, jetzt müssen wir da nämlich hoch, innerhalb der Zeit. Und ich hab keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, wenn man den, äh, anderen Weg dann nimmt. Aber, oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wow. Na, 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 na. Klophammer. Mein Lieblingsspielzeug. Eeeh. Oh, so. Nein. Mann, aber hab ich das doch geschafft? Hätte ich ja nicht gedacht. Ob, äh, ich freu mich echt, ob das möglich ist. Ich glaub nicht, wenn man den Weg hier geht.